Hallo zusammen, wenn auch etwas verspätet, tausendmal danke für die tausend Abos, die ihr bei mir gelassen habt und für die, die in der letzten Zeit auch noch dazugekommen sind, auch nochmals. Dankeschön. Darauf müssen wir anstoßen. Cheers! So, jetzt möchte ich ein bisschen aus dem Nähkistchen reden, jetzt wenn ich schon alles aufgebaut habe. Vor ca. eineinhalb Jahren, als ich mit YouTube angefangen habe, hätte ich nicht gedacht, dass ich in diese Größenordnung komme und besonders nicht nach eineinhalb Jahren. Da euch jedoch meine Videos gefallen und die Art, mit der ich es so rüberbringe, ist es jetzt soweit. Und jetzt werde ich auch unter anderem damit konfrontiert, dass sich Kooperationspartner bei mir welten und dass ich Werbung auf YouTube schalten kann. Da wollte ich mal meine Gedanken ein bisschen mit euch teilen, denn ich selbst verstehe mich jetzt als Technik-YouTuber. Ich mache vor allem Videos zum Thema Technik, klar auch ein paar Videos zum Thema Studium, aber primär halt doch Technik-Videos. Die meisten kennen mich ja wahrscheinlich von meinen Tablet-Videos und ein paar auch von meinen Luftreiniger-Videos. Und dementsprechend stellt sich mir immer die Frage, welche Kooperationen machen denn überhaupt Sinn? Also, damit ihr mal so eine Größenordnung als Vorstellung habt, pro Woche bekomme ich so zwei, drei Mails, dass ich irgendwelche Produkte testen kann, irgendwelche Seiten bewerben kann. Davon lehne ich aber so 80-90% direkt im Voraus ab, weil ich halt finde, dass es überhaupt nicht zu meinem YouTube-Kanal passt oder ich aber auch einfach schon im Vorfeld denke, das ist doch einfach irgendwie Müll, das muss ich nicht testen. Trotzdem gehe ich die ein oder andere Kooperation ein und bin bisher auch eigentlich ganz zufrieden. Denn so kann ich ja ohne, dass ich selbst Geld in die Hand nehme, nur meine eigene Zeit, neue Videos für euch produzieren. Und ob sie euch interessieren oder nicht, das sehe ich ja daran, wie viele Klicks die Videos in einer gewissen Zeit erzielen. Natürlich wenden sich jetzt an mich nicht die großen Hersteller wie Samsung oder jetzt auch wegen den Lampen, habe ich mal bei LED-Vans angefragt, die ich in meinem Zimmer habe. Und das ist auch okay soweit. Bei mir wenden sich ja vor allem kleine Hersteller, die man kaum kennt. Und das Kriterium, nach dem ich da jetzt aussuche, ist im Wesentlichen zum einen, wo liegt denn der Preis des Produkts? Beziehungsweise, wenn der Preis schon höher liegt, wie jetzt beim Luftreiniger, den ich vor kurzem getestet habe, kann er irgendwas Besonderes? Gibt es einen Grund, wieso ich ihn testen soll? Oder interessiert mich das Produkt generell? Und natürlich, um auch ein bisschen eigennützig zu denken, kann ich damit im Alltag was anfangen? Oder hätte ich es mir vielleicht sowieso gekauft? Denn demnächst kann es sein, dass was kommt. Was ich mir sowieso gekauft hätte, vielleicht von einem anderen Hersteller. Aber jetzt kann ich das quasi gleich mit einem Test verbinden. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich werde jetzt natürlich immer wieder mal Kooperationen annehmen. Ich werde auch dann Videos zu Produkten machen, die jetzt nichts mit Tablets zu tun haben. Oder auch Smart Home und Co., was ich in der nächsten Zeit ein bisschen mehr zeigen möchte. Aber ich hoffe, das ist für euch okay. Und wenn euch das irgendwie nicht gefällt oder wenn ihr sagt, ja, das hätte es nicht gebraucht, dann lasst mir gerne einen Kommentar da, dass ich es weiß. Denn sonst überlege ich halt einfach, was passt in den Kanal rein. Und mein Gedanke ist auch, dass ich nicht nur Kooperationen schalten möchte, sondern ich möchte immer eine gewisse Anzahl an Videos zwischen den Kooperationen haben. Beziehungsweise jetzt im Falle von meinem Tablet-Video, wo ich ja selbst alles gekauft habe, also der Vergleich zwischen dem Tab S7 FE und dem Tab S6 Lite, das ist ein großes, aufwendiges Video. Und wenn ich jetzt davor und danach theoretisch eine Kooperation schalte, was ich glaube ich auch gemacht habe, dann ist das in meinen Augen auch wieder angemessen. Aber ich könnte mir gerne sagen, was ihr denn von dieser Einstellung haltet. Ich jedenfalls habe jetzt nicht mehr allzu viele Kooperationen offen, denn aufgrund der Prüfungsphase wollte ich mich jetzt auch nicht überladen. Und jetzt kommt erstmal eine ganze Handvoll Projekte, die mich selbst interessiert, die mir selbst schon am Herzen liegt. Und vielleicht wird auch das ein oder andere Labervideo kommen, wie das jetzt hier, nur dass ich mir dann ein spezifischeres Thema aussuche. Nur noch zum anderen Thema, und zwar dem Thema Werbung schalten. Also vielleicht weiß es der ein oder andere von euch schon, Auf YouTube kann man als YouTuber Werbung schalten, wenn man 1000 Abonnenten hat. Und 4000 Stunden Watchtime innerhalb eines Jahres. Bei mir weiß das Problem tatsächlich die 1000 Abonnenten, denn ich hatte die 4000 Stunden Watchtime glaube ich schon drei Monate, nachdem das Tab S6 Lite Video für Schule und Uni, also dieses Samsung Notes Video online kam, erfüllt. Das war Wahnsinn, wie viel Zeit eigentlich ihr investiert, um meine Videos zu schauen. Und das macht mich besonders happy. Das ist einfach verrückt. Aber jedenfalls, ich habe jetzt da im März, glaube ich, diesen Jahres, das eben erreicht, diese Grenze. Habe mich mit dem Finanzamt auseinandergesetzt. Das könnte man separat das Video zu machen. Das ist einfach die Zeit, die ich da reingesteckt habe. Denke ich mir manchmal, ist das Geld überhaupt wert? Aber ich möchte einfach mal probieren, wie das ist, so jetzt als YouTuber eine kleine Nebeneinkunft zu haben. Aber ich schweife ab zum Thema Werbung. Ich habe jetzt meinen Kanal monetarisiert. Das heißt, vor meinen Videos seht ihr Werbung. Und nach dem Video seht ihr Werbung. Und theoretisch kann ich auch noch diverse Banner ins Video schalten. Mit Rolls, also Werbepausen im Video schalten. Da wollte ich mal meine Meinung zu sagen. Generell ist es ja so, ich habe glaube ich 2021 eine Mail von YouTube bekommen, dass jetzt auch vor meinem Video und nach meinem Video Werbung geschalten wird. Und das, obwohl mein Kanal gar nicht monetarisiert ist. Das hatte zur Folge, dass halt bei allen Videos auf YouTube auf einmal Werbung geschalten war. Und viele kleine YouTuber haben dafür halt gar nichts bekommen. Und die Zuschauer, ich selber schaue ja auch sehr viel YouTube, wurden halt mit Werbung genervt. Ja, und jetzt habe ich mir überlegt, ich möchte eigentlich, dass sich jetzt für euch, also meine Zuschauer, nicht so viel ändert, wenn ich jetzt 1000 Abonnenten habe. Und habe mich jetzt dazu entschieden, dass ich jetzt nur Werbungen vor dem Video schalte erst mal. Und nach dem Video. Da muss ich noch experimentieren, denn man kann als YouTuber einstellen, ob man überspringbare Werbeanzeigen schaltet oder nicht überspringbare Werbeanzeigen. Da bin ich noch ein bisschen unentschlossen und ich werde ein bisschen herumprobieren. Meine neueren Videos sollten jetzt erst mal nur mit überspringbaren Werbeanzeigen geschaltet sein. So könnt ihr zum Beispiel, wenn ihr das Video fertig schaut, am Ende einfach die Werbung durchlaufen lassen, irgendwas anderes machen. Dann bekomme ich da noch eine kleine Provision. Außerdem wird immer so ein Display-Banner neben dem Video angezeigt, wenn man es im Browser offen hat. Der ist pauschal immer aktiviert, wenn man seine Videos monetarisiert. Die Geschichte mit Mid-Rolls. Habe ich mich jetzt aber entschieden, möchte ich jetzt erst mal nicht machen. Vielleicht wird es später irgendwann in der Zukunft mal ein Thema werden, falls ich mal so 30 Minuten Videos mache oder was richtig Ausführliches. Aber jetzt mal bei meinen normalen Techniktests, die jetzt 10 Minuten dauern oder auch mal 15 Minuten, da sehe ich das ehrlich gesagt nicht, dass ich nochmal eine Mid-Roll reinschalte, weil das einfach nervt. Das stört den Video-Flow und man muss ja auch sagen, ich mache das Ganze als Hobby und es ist nicht meine Haupteinnahmequelle. Also wenn ich zumindest die Kosten für meine Ausrüstung decke, bin ich eigentlich schon mehr als zufrieden, muss ich sagen, mit diesen YouTube-Einnahmen. Was kann ich dazu, was wolle ich dazu sonst noch sagen? Achso. Also im Wesentlichen sollte sich für euch jetzt erst mal durch meine Monetarisierung vom Kanal nicht so viel ändern. Solltet ihr YouTube Premium-Mitglieder sein, das bin ich zum Beispiel, merkt man sowieso gar nichts. Aber bei mir bleibt ja jetzt eine Kleinigkeit an Geld hängen, die vorher komplett zu YouTube gegangen ist. Und beim Reden über Geld wollte ich einfach mal so einen Größen-Einblick machen, was verdient eigentlich ein YouTuber mit um die 1000 Abonnenten? Ich denke, jetzt ist das ja nicht meine Haupteinnahmequelle und ich mache das rein aus Jux, deswegen kann ich da schon mal drüber reden. Und um jetzt einfach mal zu sagen, im letzten Jahr ist ja mein Kanal durchgestartet von circa 100 Abonnenten auf 1000 Abonnenten. In diesem Zeitraum habe ich nur Affiliate-Links gehabt und habe circa 500 Euro über eure Affiliate-Links bekommen. Tatsächlich wurden verhältnismäßig, also am Anfang wurden viele Tab SX-Lights bestellt. Da habe ich halt immer meine, was habe ich bekommen, ich glaube 3% auf den Netto-Preis. Also mal angenommen, das Tablet kostet jetzt 300 Euro netto, wenn es, die Rechnung kann ein bisschen falsch sein, aber sagen wir mal, 350 Euro kostet es neu. Sagen wir mal 300 netto, normal sieht man 19% ab. Ich kann jetzt aber live vor dem Video nicht kopfrechnen. Dann wären quasi die 3%, die ich bekomme, 9 Euro. Nur so die Größenordnung, dass ihr wisst, was ich dafür bekomme. Wenn ihr irgendwas vollkommen anderes bestellt, ist es meistens 1,5% was ich bekomme vom Netto-Preis. Ich habe jetzt eben auch seit März meinen Kanal monetarisiert und sehe, was ich jetzt so als Werbeeinnahmen bekomme. Und lustigerweise verdiene ich das meiste mit meinen alten Videos, also zum Beispiel meinem Tab SX-Light für Schule und Uni, wo ich über Samsung Notes rede. Das werden die meisten von euch gesehen haben. Oder aber auch meine Tab SX-Light-Videos oder wo ich generell über das Samsung-Ökosystem rede. Mein Vergleich fürs Tab SX-Light und Tab S7 FE kommt auch ziemlich gut bei euch an. Und das freut mich besonders, denn da habe ich, das war so ein Herzensprojekt, da habe ich viel Zeit reingesteckt. Aber um jetzt einfach meine Zahl zu nennen, so um die 70 Euro im Monat, bekomme ich quasi mit YouTube, also von YouTube direkt raus. und ich finde das extrem viel eigentlich, weil so, man muss sagen, ich habe mir vor einem Jahr ungefähr meine kleine Kamera gekauft, das ist eine Sony ZV1 für 700 parts erquetschte Euro. Die habe ich noch nicht raus mit dem, was ich verdient habe. Ich habe mir jetzt auch ein Lichtset abgeholt, also das ist so ein großer Durchlichtschirm mit einem Videostrahler, der mich jetzt ausleuchtet, weil ich einfach jetzt inzwischen einen professionelleren Bildlook haben möchte mit meinen 1000 Abonnenten. Und außerdem habe ich noch keine Ahnung, was eigentlich für steuerliche Abzüge auf mich zukommen, beziehungsweise den Aufwand, den ich da reinstecken muss, dann eine gewerbliche Steuererklärung zu schreiben. Also ich bin jetzt inzwischen Gewerbetreibender, das war so die Odyssee der letzten Wochen, da mal ein Gewerbe anzumelden. Und ja, jetzt habt ihr einfach mal einen Überblick, was man als kleiner YouTuber mit um die 1000 Abonnenten verdient. Es ist nicht besonders viel, aber doch viel mehr, als ich erwartet hätte. Und vielleicht kann ich so auch einfach das ein oder andere Review mal ermöglichen, das ich sonst nicht hätte ermöglichen können, wie zum Beispiel, dass ich ein weiteres Tablet kaufe, um es dann mal zum Beispiel mit dem Tab S7 FE zu vergleichen. Das Tab S7 FE hätte ich jetzt persönlich ja auch niemals gekauft, wenn ich nicht schon über YouTube damals so um die 300 Euro verdient hätte, weil ich mir gesagt habe, okay, wenn ich mein Tab S6 Lite verkaufe und das Tab S7 FE kaufe, dann habe ich zumindest ungefähr ein Nullsummenspiel, also ich sage mal, ein recht günstiges Geschäft gemacht und die ganze Idee ist dann im Endeffekt auch aufgegangen. Aber ohne euch als meine Zuschauer über YouTube wäre das zum Beispiel nicht möglich gewesen. Und dementsprechend ist so der Gedanke, das Geld, das ich mit YouTube verdiene, das am Ende bei mir hängen bleibt, das möchte ich wieder in YouTube stecken, um einfach coole Projekte zu organisieren. Und hier möchte ich auch noch sagen, mein Ziel ist dabei nicht, High-End-Geräte zu testen, also vielleicht wird es mal passieren, dass ich mal teure Geräte teste und einfach mal für einen Vergleich da habe, aber ich denke, die High-End-Geräte werden von den großen YouTubern schon zu Genüge abgedeckt und ich sehe mich eigentlich eher als so jemand, der Preis-Leistungs-Geräte testet. Ich schaue gerade nach meinem Tab S7 FE, aber das liegt hinten beim Nachttisch. Ihr wisst alle, wie es ausschaut. Also ich sehe mich eigentlich eher als jemand, der die preiswerteren oder die Mittelklasse-Geräte testet, denn High-End ist schon sehr gut bedient. Achso, ein letzter Punkt noch, ich hoffe, der eine oder andere ist noch bei diesem Video dabei, wo ich mich jetzt ein bisschen verquatscht habe, ein bisschen ausgeschweift, ausgeschwiffen, abgeschwiffen bin. Deutsch ist nicht so mein Thema. Jedenfalls, ich wollte mich auch noch bedanken für die Leute von euch, die Kommentare unter meinen Videos schreiben, denn das ist eigentlich das Coolste an der YouTube-Videogeschichte, dass ich ein Video mache und dann Feedback bekomme. So, was mir jetzt direkt im Kopf geblieben ist, ist mein S7 FE-Review gewesen. Also das ist das Thumbnail vom Tab S7 FE, wo dann auch dieses Plüsch hier mit im Vordergrund steht und naja, da wurde ich darauf hingewiesen, dass ich den falschen Prozessor in meinem Video genannt habe und ich war auch der vollen Überzeugung, dass dem so ist. Das Ganze kam daher, ich habe schon recherchiert, habe aber nicht gewusst, dass sich die WiFi-Variante und die 5G-Variante nochmal im Prozessor unterscheiden und so habe ich halt gesagt, dass im S7 FE, glaube ich, in der WiFi-Variante ein 750G verbaut ist von Qualcomm. Tatsächlich sind aber unterschiedliche Prozessionen verbaut. Das habe ich dann in meinem neuesten Video in meinem Tablet-Vergleich dann auch wieder benannt. Aber ich sage mal, ich wäre nie darauf gekommen, ich war so, hä, was will er jetzt von mir? Und ich sage mal, dieser Austausch hat auch generell, dass ich Hinweise bekomme, zum Beispiel, dass man im S-Pen, ich habe schon wieder geschaut, was Tablet hier liegt, dann auch andere Minen einbauen kann und dass zum Beispiel manche von euch schon andere Minen getestet haben und dementsprechend will ich dazu auch einfach mal ein Video machen. Also ich selbst nehme sehr viel aus dem Kommentar mit und natürlich freut mich auch, wenn ich einfach so eine Mail bekomme. Also stand jetzt bekomme ich auch noch E-Mails für jeden Kommentar oder nahezu jeden Kommentar. Und ich freue mich auch einfach, wenn ihr euch bei mir bedankt oder wenn ihr kurze Fragen stellt, die ich vielleicht in 10 Sekunden beantworte und ihr euch dann einfach, dass euch dann einfach weitergeholfen wird. Also das macht mir eigentlich am meisten Spaß. Eigentlich blöd, dass ich das jetzt am Ende in diesem Video erwähne, aber vermutlich wird der ein oder andere von euch sogar noch so lange zuschauen und dementsprechend konnte ich euch einfach mal sagen, dass mich das wirklich sehr freut und ich happy bin, dass auch meine Community nicht toxisch ist, also ihr einen guten Umgang miteinander habt, dass auch miteinander, also ein guter Umgangston herrscht und das auch gegenseitig geholfen wird, sodass manchmal meine Antwort gar nicht mehr nötig ist bei den Kommentaren. Also abschließend möchte ich sagen nochmal vielen lieben Dank, dass ihr meine Videos schaut, dass ihr auch mit mir in den Kommentaren quasi interagiert, dass wir sozusagen miteinander reden. Das freut mich sehr und ansonsten bis zum nächsten Video. Bis dahin. Ciao.